Willkommen an diesem Frühlingsmorgenseeberg, ein historischer Hafen am Ufer des Wismarer Sees, in den Schatten der Berge gelegt. Herzlich Willkommen und damit begrüße ich euch recht herzlich hier auf meinem Kanal. Wir haben uns heute mal eine Strecke rausgesucht, der Seebergbahn und wie ihr in der Beschreibung lesen könnt, geht es heute um die V200, eine Sonderfahrt, die uns ein bisschen die Strecke erklärt. Und wenn ihr das hier lesen wollt, was hier immer so eingeblendet wird, haltet das Video kurz an, könnt ihr euch durchlesen und dann macht ihr das Video halt weiter, ne? Dann wollt ihr das hier extra vorlesen, weil sie schnell kommt hinterher und naja. Ja, wie gesagt, seien alle herzlich begrüßt. Wir machen heute eine kleine historische Fahrt mit der V200. Und dann müssen wir auch schon mal gleich los, weil wir so viel in der Zeit gar nicht haben. Auch wenn es ein sonder simpel ist, dass der Bamba recht eng geschnallt. Oder schnallt, oder schnallt, oder schnallt, oder wie auch immer, wie man das in der Zeit gemacht hat. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Sound ein bisschen besser ist. Es war ein erst so aufgedaufte Video, ich bin da leider wieder fehlgeschlagen. Ja, und dann gucken wir uns so ein bisschen dabei die Gegend an. Hier oben haben wir den See. Hier haben wir die herrlichen Berge. Ähm, hier sieht man noch nicht so viel, aber da hinten kommen wir in die großen Berge rein. Ja, und das ganze fahren wir hier mit der V200. Nicht mehr das jüngste Sänzchen, aber trotzdem. Schön. Ehrlich, herrlich, herrlich. Vor allem, wie man das so sagt. So, 100 dürfen wir fahren. Lass uns mal auf 100 beschleunigen. So. Ich zeig mal das ganze noch mal von vorne. Und ich zeig nochmal das Schusslinge an hier. So, einmal... Die Gegend hier vorbei zu lassen. So, und dann sind wir auch schon wieder vorne drin. Und nebenher gucken wir uns schön die Landschaft an. Ist auch noch... Geht noch ein Gleis ab. Joa... Die Dickelruppe ein bisschen schleunigen. Schleunigen. Oh, Mann. Ausbleiben hier. Ja... Äh... Deutsche Reisenbahn. V200 033. Oh, jetzt ist es leider noch ein bisschen fast so gedacht. Weil es hier nicht tierisch per Futter geht. Ganz schnell mal hier vorne rein. Können wir unsere Lok hier bisschen unter Kontrolle kriegen. So, an einem herrlichen Frühlingsmorgen, da geht die Sonne auf. Dann nehmen wir das Wasser. Dann haben wir... Dann haben wir... ...den Hafen. Dann geht's hoch zu den Bergen. Also, die hier wohnen, die haben es nicht schlecht. Entweder... Wenn sie Lust auf Wandern haben, dann können sie in die Berge gehen. Gleich um die Ecke. Oder wenn sie Lust haben zu Baden im Sommer, dann haben sie auf der anderen Seite den See. Beides... sehr nah beieinander. So, nächste Halt ist brecht in 2,2 Kilometer. Da erhalten wir dann weitere Infos... ...zu dem See hier. Zu der Strecke. Oh, hier die einzigen Häuser oben. Berger. Eeeeeerrisch. Oh, jetzt muss ich gerade mal nach draußen gehen. Ich hab bewusst die Sifa... Hat das Ding hier überhaupt ne Sifa? Ja. Ich hab bewusst die PZB und Sifa ausgelassen, weil ich euch den Zug des Öffnen mal von draußen zeigen wollte. Oder möchte. Und... ...und... ...um nicht... ...Zwangsbremsung zu riskieren, hab ich mir gedacht, das würde die Sifa lieber gleich raus. Ja. Ja. Sonst stehen wir nämlich im Erdwiver fahren und das wollen wir ja nicht. So. Ich hab hier noch einmal Schuze raus gezeigt. So. Ich hab hier noch einmal Schuze raus gezeigt. Ähhh... Nicht, dass wir hier... ...los waschen. ...und... 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 ...volle leichten schon an Bremsen hier. So viele schöne Bahnhöfe gibt's gar nicht mehr. Historische alte Bahnhöfe. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mit der Lok, glaube ich, ein kleines Stück davor müssen. Immer mit dem letzten Wagen nochmal an den Bahnsteig zu mal gucken. Dann kommen uns die Kollegen entgegen. Die Ranzierer. So. So. Ich hab hier noch einen alten Meer. Ja. Der letzte Wagen. Da hast du noch größer gewesen. Sehr schön. Jetzt drehen und dann lasst du aber mal die Reisung zu steigen. Dann kommt gleich wieder einer mit der Einblendung. Dann machen wir einen Schuhkoduswechsel. Dann kommt jetzt gleich wieder eine Einblendung. Ich sag, ich lass es kurz an. So, wenn ihr euch das zu sehen wollt. Dann kommt ein Video an ein. Dann kommt ein Video an ein. Ja. 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 Jetzt kommt gleich noch eine Einblendung. Stand ja, bevor es der Zug folgt. Können wir schon mal hier nach vorne durchrauschen. So. Gut. Dann haben wir hier alles erledigt und können dann auch schon direkt. Und jetzt erstmal vorn wieder rein und zack, weiter geht's. Rauf nach echten. Dann halten wir noch eben den echten. Gucken uns da die Schicht an. Dann denke ich, soll das für dieses Video dann auch schon gewesen sein. Aber erstmal müssen wir nach heil hinkommen. Das sind noch 3,4 Kilometer bis dahin. Ja, und die Schichtkirche, die von uns oben bleibt, die aus dem Trick kommt. Ist das schön. Und... Ja. Vorne rein springen. 100 dürfen wir. Naja, gleich nicht mehr, gleich 180. Das kommt man gar nicht so voll auf 100 steuern. In der See. Morgentlichen Sonnenaufgang. Ja, das kommt tatsächlich ganz schön weg. Ich kenne die Strecke leider nicht. Ich weiß nicht, wie jetzt die Strecke realistisch aussieht. Ob das in der Realität betroffen ist. Oder weniger betroffen ist auch, als er die Strecke kennt. Dann könnt ihr sie gerne in einem Tamschreiber. Ob man die Strecke setzen muss. Ob man Niederkennungswerk drinnen hat. Die Gleiten treu das Ganze hier. Die Strecke bauen. So, hier oben auch mal die Berge. Sie sehen. Hier haben wir die V200. Ja, sehr schön. Da sehen wir uns auch nochmal anfahren. So, zwei Kilometer noch. Den haben wir echt erreicht. Machen wir noch einmal. So. Einmal so. Den bleiben so. Ja, der ist aber gut. Das ist jetzt so. Und der ist jetzt so. Das ist jetzt so. Der ist jetzt so. Der ist jetzt so. Der ist jetzt so. Der ist jetzt so. Das haben wir ja schon bald echt nach vorne erreicht. Dann die links hoch. Und dann die links. So. 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 Dann die links. So, doof. Das ist jetzt so. Einfach. Wie kommen wir jetzt jetzt da an? Also. Danke. Du hast jetzt schon einen schönen Eidken. Ja, ja. Das gibt es schon einen schönen Eidken. und gar keine Frage. Seid ihr auch schon mal mit der V200 gefahren oder zumindest im Zug mit gesessen, wo eine V200 da vorher gewesen ist? Also ich persönlich noch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Wie gesagt, können wir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Herrlich, wir gucken ruhig das mal auf die Berge. Echt so schön. Und aufpassen wir ja. Hier steht der normale Interregio und da, was hat er denn dann nach vorn? Der 101er. Der 101er. Gut, dass wir hier noch vernünftig zum Halten kommen. Am besten die Formsignale. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Eieieieiei. Schön verbremst. Das machen wir einfach. Aber die Luftwärwärm kommt noch dran. Ja, passt. Aus der letzten so warm würde es am Anfang gestellt werden. Das sieht noch gut aus. Was? Jo. Ich schaue doch das mal an. Ist das nicht herrlich? Oh, ich stecke da. Hey. 44er Dampflok. Sehr schön. Cool. Wagen hier sitzen. Hey Leute. Wisst ihr, was hier auf dem Abstand gleich steht? Ihr könnt aussteigen. Ja. Ja. Gucken wir mal das mal eben nochmal. Hier soll einfach ein bisschen hoch. So. So. Ihr habt da wieder die Aufgabe. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Heißt es da kurz wieder. Dann könnt ihr euch durchlesen. Gut. Dann machen wir hier nochmal einen Rundumschlag. Sehr schön. So. Dann machen wir einmal hier runter. Da. Ja gut. Und dann würde ich sagen. Mit diesen kleinen Bildern. Äh. Ich hoffe euch hat die kleine Tour gefallen. Ähm. Dann lasst gerne einen Daumen da. Oder eine kleine Bewertung in den Kommentaren. Wie gesagt. Ihr könnt gerne mal eure Erlebnis mit der V200. Oder mit der V200 gefällt. Runterschreiben. Ansonsten würde ich sagen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye Bye. Bye. Bye.